Zu Taylor Swifts Deutschlandkonzerten strömen derzeit tausende von Menschen, auch Comedian Oliver Pocher. Dieser fällt mit einer Aktion negativ bei den Fans auf. Nicht nur die eingefleischten Fans von Taylor Swift, 34, strömen derzeit zu ihren lang ersehnten Deutschlandkonzerten, sondern auch einige Promis lassen es sich nicht nehmen, bei der erfolgreichsten Sängerin aller Zeiten vorbeizuschauen. Bei einer Show in Gelsenkirchen guckten unter anderem Oliver Pocher, 46, und seine Ex-Frau Sandy May-Wölden, 41, vorbei. Seinen umstrittenen Humor hat der Comedian natürlich nicht zu Hause gelassen, sondern in seiner Instagram-Story verräppelte er die Taylor-Fans, indem er sagte, bin jetzt auch Swiffer. Punkt. Doch diese Worte waren es nicht, die die Swifties, wie die Fans von Taylor Swift korrekt bezeichnet werden, auf die Palme brachten, sondern sein Outfit. Der Komiker trug nämlich ein T-Shirt der Band Rammstein. Der Frontman der deutschen Band, Till Lindemann, 61, stand im vergangenen Jahr schwer in der Kritik. Frauen behaupten, sie wurden dem Musiker beim Konzerten systematisch zugeführt. Der Fall landete vor Gericht, wo die Vorwürfe der sexuellen Übergriffe und Abgabe von Betäubungsmitteln fallen gelassen wollen. Dennoch erlitt Lindemann durch die Vorwürfe einen erheblichen Imageschaden. Für die Fans von Taylor Swift ist es deshalb ein Unding, dass Pocher ausgerechnet mit einem T-Shirt dieser Band auf einem Konzert der Blondine auftaucht. Immerhin werden ihre Shows des Öfteren als Safe Space bezeichnet. Mit seiner Outfit-Wahl hat Oliver Pocher enorm bei dem Taylor Swift-Konzert in Gelsenkirchen polarisiert. Auf X musste er sich wütende Kommentare wie Ach, und dass Oliver Pocher Rammstein feiert, soll mich jetzt überraschen, oder? Der tut auch alles, um zu polarisieren. Wie muss man denn bitte drauf sein, um das bei N.E.M. Taylor Swift-Konzert zu tragen? Oder was für ein trauriger Versager muss man sein, um zu einem Safe Space für junge Frauen extra im Rammstein-Shirt aufzutauchen? Oh je, vielleicht überdenkt Oli das nächste Mal noch einmal, welches Outfit sich für welche Veranstaltung eignet.